So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, bzw. wir haben wieder eine kleine News-Folge für euch vorbereitet. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Spiele-Trend hat auch jetzt Video rausgehauen über die Geheimnisse des Dschungels, Zarude, Sarude in Pokémon GO, die Krypto-Shinies, die neuen, die uns vielleicht ins Haus stehen, ja, haben wir auch noch einen anderen Artikel darüber, zack hier, Krypto-Shinies, zack hier, das neue Event im Oktober. Aber ich habe eigentlich die ganze Zeit gewartet, ich habe extra nichts gemacht, ich habe gewartet, dass vielleicht pogefans.net wieder einen schönen Artikel raushaut, haben sie nicht gemacht, egal, kannst du dich nicht mehr drauf verlassen, fand ich immer so toll. Wir haben trotzdem GO-Games jetzt hier. Und als kleines Schmankerl habe ich sogar das Schilling-Video in einem Extra-Tab und möchte mich nachher darauf mal beziehen, denn da ist was richtig Tolles passiert. Jetzt aber erstmal, wir kommen mal ganz kurz hier zu den Krypto-Shinies, die auch vielleicht schon angeteasert, angekündigt wurden. Letztens ist nämlich ein Bild aufgetaucht, irgendwo von einem Krypto-Quiekel, ja, in Shiny. Haben alle wieder gesagt, Photoshop, Photoshop, Fake, Fake, Fake. Jetzt gibt es aber mehrere Sichtungen und zwar genau drei. Wie viele Lieder gibt es? Drei. Und jetzt steht also der Verdacht im Haus, dass jetzt bald wieder mal die Rocket Leader ihre Pokémon wechseln, denn das letzte Mal, dass die gewechselt haben, war am, wo steht es, hier, steht es irgendwo, Moment. Ich finde es nicht, es steht nirgendwo da. Doch, am 18. Mai wurden letztmals die Teams, der Team GO Rocket Leader gewechselt. Und bis jetzt nicht mehr. Jetzt kommt wieder hier JC James zurück, alles mögliche hin und her. Das taucht auf. Ich denke mal, da wird sich bald was tun. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr denkt. Verschiedene Leute haben da was gesehen. Am 21. und 22. September plötzlich, ja, und es ist auch ein Shiny Pions Gore aufgetaucht, als Krypto-Variante, dann eben das Quiegel, was wir ja schon gesehen haben. Das ist bei uns im Fanshade auch aufgetaucht. Und Shiny Snubbull. Was ist davon jetzt das coolste Krypto-Shiny, eurer Meinung nach? Das, das oder das? Ich finde eigentlich, der Skorpion sieht als Shiny am besten aus und auch als Krypto-Shiny gefällt mir am besten. Was davon jetzt nützlich ist, ja, muss man halt mal sehen. Ich finde auf jeden Fall, Mammudel ist das Beste, was es gibt. Wenn das dann als Leader wiederkommt, als Pokémon, was du von einem Leader bekommst, dann würdest du hauptsächlich natürlich wieder auf Quiegeljagd gehen, um deine fette Eisarmee zu steigern. Auch lustig, dass hier ein Balken vorm Gesicht ist bei dem Dude, dass du den nicht erkennst, dass der nicht von Team Gelb ist. Und das war es eigentlich jetzt schon. Es steht noch nichts fest. Es sind Gerüchte. Man könnte denken, darauf schließen, aber ob es nun im Endeffekt so kommt oder nicht, weiß man nicht. Was aber kommt, wisst man schon, im Oktober, nämlich ein neues mysteriöses Pokémon mit Zarude. Und Adi ist auch gerade gekommen hier. Wie ein Wirbelwind ist er schon wieder weg. Außerdem habe ich mich gerade stylisch zu Geheimnissen des Dschungels, ein bisschen wild gestylt. Ich habe einfach meine Haare mal nach vorne geklatscht und jetzt sehe ich aus wie so ein Pinsier. Nein, Pinsier hat gar keine Haare. Aber was haben wir jetzt da? Guckt euch das Datum an, schreibt es euch wieder auf. Es wird nämlich bald den Pokémon-Film, den 23. Kinofilm, der schon letztes Jahr im Dezember in Japan in den Kinos war, den gibt es ab 8. Oktober weltweit auf Netflix. Secrets of the Jungle. Pokémon's The Movie. Secrets of the Jungle. Werdet ihr den Film schauen? Ja, nein, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe bisher, glaube ich, noch keinen einzigen Pokémon-Film geguckt. Wäre vielleicht mal an der Zeit, sich damit zu beschäftigen, das auch mal zu gucken. Könnt ihr eine Watchparty machen? Nein, so tolle Ideen habe ich leider nicht. Geheimnisse des Dschungels. Was ist denn mit dir? Adi, Schatz. Bleib los davon und ich sage es dir. Geheimnisse des Dschungels. Zeitraum. 1. Oktober, 10 Uhr Ortszeit. Bis 10. Oktober, 20 Uhr Ortszeit. Ihr wisst, am Freitag wechseln auch wieder die Raid-Bosse. Dann ist das Sehntrio weg. Also, nächste Woche Freitag, ja. Heute ist Freitag. Nächste Woche Freitag wechselt auch das Sehntrio. Wir kriegen neue Fünfer-Raid-Bosse und alles Mögliche. Ähm, leider gibt es noch keinen Event-Kalender für Oktober. Der müsste aber auch jetzt bald die Tage rauskommen, dass wir genau wissen, was uns noch alles im Oktober erwartet. Aber gleich zu Beginn haben wir eben dieses Event mit einer neuen Spezialforschung. Sarude wird freigeschaltet. Pokémon wie Hut-Hut, Rotomurf, Waumball, Litomiff, Lavitar und mehr erscheinen wild. Lavitar, absolutes Highlight. Ich bin immer noch dabei, meine Despot-Armee auf 50 zu ziehen. Mir fehlen permanent die Lavitar-Bomb-Boms. Aus fast jedem 12er-Ei, was schlüpft, ist zwar ein Lavitar drin, aber es dauert, es zieht sich. Jetzt Lavitar als wilder Spawn. Das schmeckt. Das nimmt man mit. Wird natürlich wieder seltener sein als zum Beispiel Hut-Hut, aber trotzdem ist es überhaupt ein Event-Spawn und man kann es mal wieder sozusagen häufiger, aber immer noch selten antreffen. Hut-Hut brauchst du eigentlich gar nicht. Rotomurf ist eine gute Sache. Kannst du gut Rotomurf-Stallobor so als Bodenangreifer nehmen. Waumball hat mal im Minicub damals gute Dienste geleistet. Litomiff, wer das Shiny vielleicht noch braucht, aber Lavitar einfach Beste. Es wird leider kein Lavitar-Sidey sein. Wundert euch da nicht, da sitzt nicht über Lavitar rum, glaube ich. Aber wer da noch einen Lavitar-Shiny braucht, kann zuschlagen. Wer noch eins mit guten IV braucht, kann zuschlagen. Wer noch Bon-Boms sammeln will oder XL-Bon-Boms, schlagt ruhig zu. Pikachu mit dem Forscher-Hut erscheint erneut in der Wildnis. Das ist leider nichts Neues. Das gibt es auch wieder als Shiny. Brauchen wir aber nicht. Also ich nicht. Braucht ihr noch das? Forscher-Pikachu. Neue Spieler vielleicht. Jesse und James erscheinen in Schnappschüssen. Und im Mauzi-Ballon. Oh, den habe ich ja so vermisst. Aber es ist ein cooles Feature, weil ihr ja gleich zwei Leute habt zum Bekämpfen. Und als sie eben mit Rettan und Smogon aufgetreten sind, die konnten ja auch Shiny sein, haben sich viele Leute natürlich gefreut, dass sie aus einem Mauzi-Ballon sogar zwei Shinies bekommen haben. Ist auch schon möglich gewesen. Die bleiben dann bis 15. Oktober, 10 Uhr Ortszeit. Also das Event endet am 10. Jesse und James bleiben aber bis zum 15. Schreibt es euch auf. Feldforschungen für Ordoch und Geronimatz. Habe ich jetzt schon wieder so viele gehört, die sich übelst freuen auf Geronimatz. Weil das eben ein extrem seltenes Shiny immer noch ist. Gab es ja noch nie wild. Nur in Raids oder aus der GBL oder aus der Wochenbelohnung im Feldforschungsdurchbruch. Jetzt wieder Feldforschungen für die Shiny-Jäger. Und Ordoch natürlich auch ein Schmangerl mit massig viel Sternenstaub. Über 2000 Sternenstaub gibt es dafür ein. Oh doch. Neue kostenlose Avatar-Items im Shop. Warum nicht? Zieht man sich bestimmt gerne mal an. Und dann die Raids wieder Stufe 1 und Stufe 3. Ihr seht, Stufe 5 ist hier nichts angegeben. Das bleibt noch ein Geheimnis, was uns in der ersten Oktoberwoche erwartet. Aber Stufe 1 Pikachu? Nee. Kriegst ja wild überall. Lavitar? Wenn es so selten ist in der Wildnis, warum nicht? Macht Lavitar-Raids. Für das Shiny, für Bonbons, für alles. Kiesling? Wer das Shiny vielleicht noch braucht, aber ist sonst auch ein Eventspawn häufig. Tarnpignon, Geronimatz. Wieder Geronimatz-Raids für die Shiny-Jäger. Also, ich würde vielleicht sogar sagen, Thomas, komm hier, Geronimatz und Lavitar-Raids für Zuschauer in der Zeit mal machen. Denn ansonsten habt ihr Schlurp, Schanera, Pinsir, Cavalores, Libeldra in den Dreier-Raids. Finde ich, ist jetzt nicht unbedingt was dabei, was nützlich ist oder toll ist oder sonst was. Was, Pinsir, ist erhöht, gibt's oft, gab's wild, war bei einem Event extrem erhöht. Cavalores, kannst du dir durchentwickeln. Äh, Libeldra, F-C-Day-Pokémon, Schlurp, Schanera, Schlurp hat er seinen Raid-Day, also, das ist egal. Lavitar ist zwar auch F-C-Day-Pokémon, aber immer noch das nützlichste von allen. Lavitar, Geronimatz, Raids, wären meiner Seite aus vielleicht eine gute Sache zum anbieten. Sarude ist ein mysteriöses Pokémon der 8. Generation. Es hat den Dualtyp Pflanze und Unlicht, ist eines der Protagonisten des Films Geheimnisse des Dschungels. So. Ähm. Es ist sicherlich überraschend, dass Niantic nun schon ein mysteriöses Pokémon der 8. Generation veröffentlicht. JC und James bringen vermutlich auch wieder neue schillernde Krypto-Pokémon wieder ins Spiel, was interessant sein dürfte. Wer das Pikachu mit der Weimar-Flasche beim letzten Event nicht erhalten hat, hat hier erneut die Gelegenheit. Also, auf Sarude freue ich mich eigentlich, ich weiß gar nicht. Ist er größer als alle anderen, die mysteriösen Pokémon? Die sind ja meistens immer nur so klein, so klein mit Hut, auch ohne Hut. Sarude sieht aus wie so ein, so ein richtig dicker, fetter Basta. Aber kann natürlich täuschen auf dem Bild. Und, weil das alles so hässlich ist und nicht schön übersichtlich ist, aber der Spiele-Trend, der so eine schöne Grafik hier hat, und sogar noch ein wildes Raupi gefangen hat, das hat mich so besonders gefreut. Ihr wisst, Raupi, absolutes Lieblings-Pokémon. Oh, ich habe vergessen, das Bild hinzuhängen, das hätte jetzt noch mehr gepasst. Ich muss das Bild gleich noch aufhängen, vom Stanley, was er mir geschickt hat. Egal. Seht ihr nochmal hier die Übersicht, ihr seht ein wildes Raupi, ihr seht nochmal alles, 1. Oktober bis 10. Oktober. Spezialforschung mit Sarude, Jesse James kehren zurück. Ihr seht ja auch, was alles Shiny sein kann, was nicht. Hätten sie halt mal hier Rodomorph-Shiny noch eingeführt jetzt. Wäre doch fett. Das ist alt, das hat ein Sea-Day, das ist alt. Trotzdem, Lavita Wildnis, Highlight, Quests für Geronimatz und Ordoch sind in Ordnung. Ein Sterne-Rates, dasselbe hier. Geronimatz und Lavita, drei Sterne-Rates, kannst du theoretisch knicken. Also, schöne Grafik, sieht gut aus. Ich glaube, wenn es so weitergeht, solange ich Spiele drin nicht verklage, werde ich jetzt vielleicht immer mal von ihm eine Grafik einblenden, wenn ich das darf, damit das eben besser aussieht. Aber wir unseren Senf auch noch dazugeben können, ja. Dafür lasse ich ihm sogar auch ein Like mal hier da, für die tolle Grafik. So muss das sein. Ansonsten freue ich mich eigentlich auf das Event und vor allem auf die Spezialforschung und das Pokémon. Ich freue mich immer, wenn es begrenzte Forschungen gibt oder wenn es Spezialforschungen gibt, wenn Aufgaben da sind, die ihr lösen könnt, wenn das vorgegeben ist, wenn ihr das so, 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 so. Das ist genau mein Ding. Ihr schreibt mal rein, was ihr davon haltet, ob ihr Bock habt auf das Event, ob ihr euch freut, ob ihr den Film gucken würdet. Dann, wenn er am 8. Oktober weltweit überall erhältlich ist und erscheint auf Netflix. Habt ihr Netflix? Habt ihr kein Netflix? Schreibt es mal alles rein. Was sind eure Highlights im Event? Das war es von meiner Seite aus. Peace out. For out. Euer Ramses.